Was war das für mich? Es hat eigentlich alles angefangen, als in meinen jüngeren Jahren ein bisschen torbulent ist gelaufen. Und dann musste ich mir eine neue Alternative suchen, was ich als Ausbildung machen wollte. Ich habe mich für die Handmitteusschule entschieden, dass ich das weiterfahren sollte. Und hier hat mir die Fäuse Türe geöffnet, dass ich das hier fortfahren kann. Darum habe ich hier schon meine Ausbildung gemacht. Und für mich war dann klar, nach einem Zwischenjahr, als ich die BM auswärts gemacht habe, dass ich unbedingt wieder hier an die Fäuse wegkomme, weil ich mich sehr wohl gefühlt. Und ich finde, mir wird hier auch intensiv unterstützt.